So, hallo und herzlich willkommen zurück ins South Park Stab der Wahrheit, ne zu South Park Stab der Wahrheit, ins South Park. Euer Xodus aka David Heseloff hier. Und in der letzten Episode, uh, hat sich glaube ich einiges getan. Wir haben gegen den Groß Magus gekämpft. Und sind dann zu einer noch größeren Verschwörung quasi geraten, weil Clyde den Stab an sich genommen hat und bla bla bla. Aber den Rest wollt ihr gucken, äh, müsst ihr gucken, ne, wollt ihr wissen, ne, wenn ihr wissen wollt, müsst ihr die letzte Ausgabe gucken. So, jetzt muss ich alles mal gucken, wo ich hier bin. Ich muss nach Hause. Ich bin hier und wohne hier. Gut, was ist denn, was ist das denn für ein Haus? Achso, ist abgeschlossen, schade. So, hier haben wir uns rausgesprengt, okay. Haben wir das, haben wir das schon geöffnet hier? Ja, das haben wir schon geöffnet. So. So, gehe ins Bett. So, hier hab ich doch einiges drin, oder? Lager, zurück, Ausrüstung. Müsstet mal irgendwie alles verkaufen. Sonst haben wir hier nichts drin, okay. Komme ich hier raus? Ja, ne, ist abgeschlossen. So ein Sheet, ey. So, du hast neun Freunde. Duell zwischen Token und Stan im Elfenwald heute Nachmittag. Schaut euch an, wie der Waldölfer-Chem zuschlägt. Okay, alles hat neue Regel. Keine Kämpfe mehr im City Walk. Mr. Kim hat sich bei unseren Eltern beschwert und zwei Waldölfer haben Hausarrest bekommen. Warum kann man in diesem Spiel kein... Okay, ja, das hatten wir schon. Ja, toll, jetzt sitzen wir hier feste quasi. Ich glaube, wir werden dann erstmal schlafen gehen. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Time to go to work, work all night, serves for underpants, hey. We won't stop until we have underpants, yum-dum, yummy-dum, hey. Time to go to work, work all night, serves for underpants, hey. We won't stop until we have underpants, yum-dum, yummy-dum, hey. Ah, shit, he's awake! What? This kid is awake! What the fuck do we do? Oh, fuck! I guess we gotta kill him! Ah, fuck it, let's kill him! Ähm, okay. Unterhosenwichte. Ja. Auch Unterhosenwichte willkommen von mir, die... ...Klagen zu spüren. Ach so, das war's schon, okay. Ja, okay. Wie zu spät, die sind doch tot. Okay, jetzt wird's echt, echt wild, ja. Ja, okay, versuchen wir auch. Versuchen. Nein, Unterhosenwichte, ja. Ich kann mich noch vager an die Folge erinnern, ja. So, aber auch euch bring ich um. Anliegt also gut, okay. Okay, ja, der erste ist schon down. So, da laufen die nächsten weg. Okay, was es auch immer war. Und langsam, verdammt. Ja gut, aber ich hab's ja trotzdem besiegt. Und nur eine Attacke. So, Sieg. Neue Quest besiege die Unterhosenwichte. Das ist auf jeden Fall mal was anderes jetzt, ne? So, Wichtelhandschuhe. Bergarbeiter. Steigert die Max-TP um 10%. Alles nehmen. Wichtelhandschuhe. Was machen die Wichtelhandschuhe denn? So, Handschuhe. Ich hab gar keine Handschuhe an, ne? So, Fügtsemer. So, ich hab durch zweihändige Waffen. Ich hab keine zweihändigen Waffen. Achso, ich hab überhaupt nichts an. Jetzt seh ich es ja erst. Botweste. Und Nekromantenkapuze. Veralbern könnt ihr mich selber. So, jetzt hab ich hier volle Ausrüstung. Und jetzt geht's gegen die Wichtelhandschuhe. So, iiih. Iiih, was ist das denn? Spinnenbein. Okay. Da kann man drauf. Da krieg ich wahrscheinlich unheimlich viel Schaden, ja? Aber ich kann es wahrscheinlich auch irgendwie auslösen, ne? Ne, komm, wir gucken erst mal. Ach komm. Da oben ist ein Rucksack. Da kann man ja auch ruhig mal gucken. So, Wichtelhelm. Gesundheit, zerrissen, Unterhose. Super elastischer Ball. So, was haben wir hier? Sieben. Ändern. Ablegen. Super elastischer Ball. Ändern. Was war das denn jetzt? Das war's. So. Wichtelhandschuhe. Achso, ich hab auch noch nen Helm gekriegt. Ist ja nicht so, dass ich den gerade ausgetauscht hab. So, füg in so. Du hältst jede Runde 3 MP, wenn du geschrumpft bist. Okay, ja. So, das ist ne Riesenratte. Die müssen wir wahrscheinlich jetzt, pass auf, jetzt kommt Trick 17. Das hat sie nicht getötet. Ah, das hat sie aber getötet. Alter. Geldgesundheitstrank, nehmen wir mit. Ich glaub, Geld spielt hier übrigens keine Rolle mehr. Klebriges Netz. So, ich glaub, hier wohnen die Wichel. Ich glaube, hier wohnen die Wichel. Okay, äh, kann man trotzdem gucken? Ich würd gerne gucken. Okay, anscheinend nicht. Dann gehen wir weiter. Ich scheine anscheinend irgendeine Gabe zu haben. Die Gabe des David Hasselhoffs wahrscheinlich. Komm her. Mit der Klaue hauen wir uns da durch. Okay, was, 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 was tut es? Was, warum, was ist da los? Äh. Okay, warte. So, jetzt. So, Wichelkleidung. Spitze der Wichelake. Jetzt hab ich nicht geguckt. Aber ich hab ja eh nur so. Wenn wir jetzt die komplette Wichelkleidung anziehen, ne, dann müsstest der irgendwie... So. Du erhältst jede Runde... Ach, nee, warte mal, hier war das. Wichelkleidung. Fügt 30 Rüstungen zu. Du erhältst Abwehr erhöht. Du erhältst Fähigkeiten. Warte mal, die ist eigentlich... Fügt 30 Rüstungen zu. Das ist ja eigentlich, eigentlich eifern, ne? Ändern, ablegen, zurück. Wichelanzug ändern. Was packen wir da rein? Ähm. Steigert die Max-TP, ja. Und was haben wir noch? Du erhältst, wenn du geheilt wirst. Du erhältst zusätzlich, wenn du geheilt wirst. Distanzangriffe fügen. Über 40 Schaden zu. Du erhältst jede Runde. Mensch, irgendwas muss es doch da geben. Wo ist denn das, was wir hier gekriegt haben? Ist das eine Waffe? So, steigert Max-TP, sieben, verursacht Frostschaden. Meiner Wege nehmen wir das. So, ansonsten sind wir aber... echt gut ausgerüstet. Im Moment, glaube ich, noch. Nekromanten-Kapuze? Wichelheim. Ja, der bringt ja nur was, wenn wir geschrumpft sind, ne? Ja, ist ja egal jetzt. So, weiter geht's. Da geht's nicht lang. Vielleicht können wir hier weiter nach oben. So, und zwar, indem wir... ...das so machen. So, Mensch, ich will da jetzt mal gucken. Ach, da ist wieder eine Riesenrate. Ja, komm, komm, komm. Komm. Achso, die kommt da gar nicht durch. Gut, dann machen wir so. Siehste, jetzt war der hier. Jetzt gehen wir unter. Und, äh, wo ist denn denn... ...die Furzgranate? So, zack, tot. Achso, können wir direkt looten? Ach, da ist noch eine. Da sind zwei. Nein! Ach, Mensch, jetzt haben sie... Ach, krass, jetzt muss ich gegen zwei Riesenratten kämpfen. Angriff erhöht. Abwehr erhöht. Okay. Was haben wir hier noch? Rohlederpeitsche, Herr Weide. Sein Innerstes mit. Ja, wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Fähigkeiten. So, da kommt erst mal die ägyptische Plagen, ja. So, ach, viel Schaden machen wir aber nicht hier. Angewidert, okay. Alter. So, das könnte ich gerade noch abwehren, aber ich darf wahrscheinlich jede Runde jetzt so einen Heiltrank trinken, ja. So. Äh, was haben wir denn hier? Super elastischer Ball. Ja, das gefällt mir. So, das stirbt noch auch jetzt, oder? Ja, wunderbar. So, Machtrank. Was haben wir hier noch? Die Hintergrundgeräusche sind echt ein bisschen komisch. Aber das macht ja nichts. Ach, scheiße, ne, ich wollte schießen. So, spinnenbein. Wichtelhacke. Was kann die Wichtelhacke denn? Durchdringend. Perfekter. Wenn Schilde... Näää. Da sind wir mit der Mannbergklaue schon echt gut dabei. Okay, man kann doch gucken. Okay, kann man... Alter. Das ist hart. Ach, da sind die Wichtel, okay. Okay. Okay, okay. So. Ja. Wie soll ich mich denn so, äh... konzentrieren, Mensch? So. So, jetzt haben wir den Token-Kopf mal ausgelassen. Macht aber nichts. Konzentrieren. Der stirbt doch jetzt auch, oder? Ja. Was macht er? Der macht eine Scheiß-Attacke, man. Ich merke schon, ich bin viel zu mächtig geworden. Level 12 freigeschaltet. So, zerrissene Unterhose. Unterhosenhelm. Nervt mich nicht. Was macht das? Du erhältst 1 MP, wenn du Schaden erleidest. Alles nehmen. So. Alles nehmen. Das ist nichts. Was kann der Unterhosenhelm? Level 11. Lass Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Boah, ist natürlich schon ziemlich geil, ne? Kann man mal ändern. Ablegen. Äh. Okay. Kann man natürlich nichts dran machen. Achso, wir haben noch eine Aufwertung, sehe ich gerade. So, Aufwertung. Boah, die ägyptischen Plagen, die sind natürlich schon sehr geil. Und, äh, haben wir sonst noch vielleicht irgendwie Fähigkeiten, Vorteile? Ach ne, da brauchen wir erst 5 Freunde für. Okay. 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 Es ist irgendwie doch schon ein bisschen geil. Ja, es war kein Brusthilfe. Ich kann mich nicht auf den ganzen Kampf konzentrieren. Ich muss auf Zeichentrickbrüste starten. So. So schön. Und noch ein bisschen Schaden machen. 6.000 hat er. Wo ist er denn jetzt denn? Kriegigkeit verringert? Das hat er mich ungeschmissen, oder was? Alter, jetzt kriegst du die erstmal mit der Klaue. Okay, er brennt, aber ansonsten macht die Klaue keinen Schaden. Alter, übertreib doch mal nicht so. Mensch. So. Na komm, gib mir den großen. So, dann kriegst du den Ball. Hast du zugewollt. Der macht auch keinen Schaden, Mensch. Oh, fuck me. Falsch! Oh nein. Was geil. So, okay. Also, richtige Taste drücken. Er ist gleich fast down. So, ähm. Drücke A und D, um den Dreidel aufzuladen. Wow. Okay, das macht auch keinen Schaden, irgendwie. Unterhosen schrumpfen. Okay, aber viel Schaden macht er nicht. Aber er ist gleich down. Trägt mal einen kleinen Machthang. So. Aufgeladen. So, was schmeiß ich dir da an den Kopf? Die Davidschleuder? Ja, die Davidschleuder. Du kriegst die Davidschleuder. Hab ich schon lang nicht mehr... Angewandt. Und es macht auch keinen Schaden. Was ist denn da los? Raals, Zanderfans! Raals! Alter, jetzt übertreibst du aber. So, nehmen wir noch was zur Heilung. Plus zwei. Davidschleuder, Dreidel. So, klicke schnell mit der linken Masters, um deinen Zorn zu entfesseln. Okay. Ja gut, wir müssen ihn. Da kommt was auf uns zu. Was muss ich drücken? Oh, na, wieder ausweichen. Heute schwingen die Eier tief. Du bist gleich down, ich weiß das. Aber du brennst nicht. Es brennt. Jetzt brennt er auch noch. 707 und wunderbar. Down ist er. Aber wie soll er uns jetzt... Okay, das war jetzt schon ein bisschen... Eieiei, ich wurde von Eiern zerquetscht. Ja, das war wieder eine interessante Nacht. So, besiege die Unterhosenwichte. Das war wirklich eine sehr interessante Nacht. So, da können wir nix von nehmen. Wollen wir auch nicht. So, du kannst jetzt auf die Wichtelgröße schrumpfen. Tippe Kuh, bis das Tool Wichtelstaub gewählt ist. Okay, komm mal wieder. Wir brauchen nur ein paar mehr, um unsere Quote zu füllen. Komm mal, Kind. Wir müssen unsere Unterhosenquote erfüllen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, ciao, euer Exodos.